Al-Six. Ah, jerry! Ja, der gehört zu Timo und Timo gehörte mal irgendwo zu mir. Irgendwie so geht das. In diesem Timo hatte ich meine Freude, sie sind doch irgendwann rausgeschmissen. ich konnte die weiter vorwarte links im raum ist keiner doch doch die dinge in diesem raum im rechten raum es ist einfach nur die holzweifle an oben weg aber es war clear wir wollten es nicht schießen weil das so ist ein schöner moment gleicher spot ist noch hier wie heißt er der sniper mann der randy hier Ich habe einen Bewerbungs-Biohazard. Ich habe einen Bewerbungs-Biohazard. Ich brauche euch ja echt beeilen, sonst kriegt man ja von dem ganzen Blutsch mal mit. Ich hab grad Falle. Das war super. Das war echt schnelle Runde, ich glaub fände ich sogar noch die schnellste. Und das nen Rang. Sind alle noch? Oh, einer gedroppt. Ja! Okay, sehr tolle Seite. Ich warte noch, bis jemand ihnen hilft. Ah, jetzt. Ja, die Ärmler haben sich gestört. Alter, Leute. Die Titanic hatte 40 Tonnen Kartoffeln an Bord. Die muss irgendwo ne Drohne sein, aber ich seh sie nicht. Ja. 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 Hey, da- Okay. Oh mein Gott Ah, das war schön Wie oft man die Drohnen durchfickst Oh, hab ich da doch noch Scheiße, angefangen, gut beendet Auf damit Oh Gott Hey, super Werde ich nie benutzen